Guten Tag, ich will dir etwas erzählen. Letzten Sommer war ich mit meiner Frau, ich hätte sich da um Urlaub. In der Nähe von Spanien, auf einer der Kanadischen Inseln, meine Frau hat das alles geregelt, mein Buch und so. Aus Hotelbordplassen. Da wurde erst zu einem Pott geredet, bei einem Hund. Beim Hund haben sie es in den Hals gemacht, bei den Menschen haben sie es Handklein gemacht. Für was das jetzt geht, weiß ich es auch nicht mehr. Aus Hotelbordplassen. Du konntest doch, und doch, so oft und so feil du wolltest essen. Hey, was tollste war? Wir hatten genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. In den 14 Tagen gab es jeden Tag Freibier. Weißt du so? Dann machen wir noch mal hin. Zeitpunkt